Vielleicht ist da ein Bruder von ihm. Übrigens hat nicht bloß der Ingenieur so viel Geld bei sich. Der Schwarzwärtige sprach auch von einer bedeutenden Summe, welche er erhalten habe und an seine Kameraden, welche Rav das sind, verteilen müsse. Wo befinden sich denn diese? Sie fällen ihre Bäume jetzt an Blackbeer-Flusse, den ich freilich nicht kenne. Ich kenne ihn. Er mündet unterhalb Tuleu in den Arkansas. Ist die Gesellschaft zahlreich? Gegen 20 Mann, lauter tüchtige Boys, sagte er. Und der lustige Kerl in dem ledernen Schlafrocke hat eine ganze Menge von Nuggets bei sich. Auch er will nach dem Westen. Möchte wissen, wozu er das Gold mitnimmt. Das schleppt man nun doch nicht mit in der Wildnis umher. Warum nicht? Auch im Westen hat der Mensch Bedürfnisse. Da gibt's Fonds, Sommerstores und herumziehende Krämer, bei denen man genug Geld und Nuggets loswerden kann. Also, diese Leute sind mir nun vollständig gleichgültig. Ich begreife nur nicht, dass dieser Ingenieur hinauf in das Felsengebirge will und doch ein junges Mädchen bei sich hat. Er hat nur dieses eine Kind. Die Tochter liebt ihn sehr und hat sich nicht von ihm trennen wollen. Da er nun beabsichtigt, eine ungewöhnlich lange Zeit in den Bergen zu bleiben, wozu es sogar notwendig sein wird, Blockhäuser zu bauen, so hat er sich endlich entschlossen, sie und die Mutter mitzunehmen. Blockhäuser? Hat er das gesagt? Ja. Für ihn und seine Tochter würde doch eine einzige Blockhütte genügen. Es steht also zu vermuten, dass sie nicht allein sein, sondern sich in Gesellschaft befinden werden. Ich möchte wissen, welchen Zweck sie verfolgen. Das wollte auch der Schwarzbärtige wissen, aber Old Firehand sagte ihm, dass er es später erfahren werde. Also, es wird geheim gehalten. Es muss sich also doch wahrscheinlich um eine Bonanza, eine reiche Erzader handeln, welche man heimlich untersuchen und günstigen Falles ausbeuten will. Ich möchte doch den Ort erfahren, nach dem sie wollen. Der wurde leider nicht genannt. Wie es scheint, wollen sie den Schwarzbärtigen und auch die Tante Droll mitnehmen. Sie haben großen Gefallen aneinander gefunden, einen so großen, dass sie hier in nebeneinanderliegenden Kabinen schlafen. In welchen? Wisset ihr das? Ja, denn sie verhandelten laut darüber. In Nummer 1 schläft der Ingenieur. Nummer 2 hat Old Firehand. Nummer 3 Tom. Nummer 4 die Tante Droll. Und Nummer 5 der kleine Fred. Wer ist das? Der Boy, den die Tante mitgebracht hat. Ist er Drolls Sohn? Nein, soviel ich erraten habe. Wie ist sein Familienname und weshalb befindet er sich bei Droll? Darüber wurde kein Wort gesprochen. Liegen die Kabinen 1 bis 5 rechts oder links? Auf der Steuerbautseite, von hier aus also links. Das Mädchen des Ingenieurs schläft natürlich mit ihrer Mutter in einer Damenkabine. Doch brauche ich nicht davon zu reden, denn das alles kann sie ja gar nicht interessieren. Das ist freilich richtig. Da ich mich in diesen Leuten geirrt hatte, kann es mir sehr gleichgültig sein, wo sie liegen und schlafen. Ich beneide sie übrigens nicht um ihre engen Kabinen, in denen sie fast ersticken müssen, während wir hier auf dem offenen Deck so viel Luft haben, wie wir nur verlangen können. Warl, aber gute Luft haben auch die Kajütenherren, da die Fenster herausgenommen werden und an deren Stellen Gaseflächen eingesetzt werden. Am allerschlimmsten sind natürlich wir daran. Wir müssen, wenn wir des Nachts nicht zu arbeiten haben, eigentlich da unten schlafen. Er zeigte auf eine Luke, welche nicht weit von ihnen unter das Deck führte. Und es ist nur eine ganz besondere Gunst, wenn der Offizier erlaubt, uns hier zu den Passagieren zu legen. Durch die enge Luke kommt keine Luft hinab und aus dem Unterraum steigt ein Moderdunst auf. Es ist an warmen Tagen geradezu zum Ersticken. Euer Schlafraum steht mit dem Kielraum in Verbindung? fragte der Colonel angelegentlich. Ja, es geht eine Treppe hinab. Könnt ihr diese nicht verschließen? Nein, denn das würde zu umständlich sein. So seid ihr allerdings zu bedauern. Doch genug von diesen Geschichten, wir haben ja noch Brandy in der Flasche. Recht so, Sir, auch vom Sprechen wird die Kehle trocken. Ich will noch einmal trinken und mich dann in den Schatten machen, um ein Schläfchen zu tun. Wenn meine sechs Stunden vorüber sind, muss ich wieder an den Kessel. Wie aber steht es nun mit meinen Dollars? Ich halte Wort, obgleich ich sie vollständig umsonst bezahle. Aber da mein eigener Irrtum daran schuld ist, so sollt ihr nicht die Folge tragen. Hier sind also die drei Dollar. Mehr könnt ihr nicht verlangen, da eure Gefälligkeit uns keinen Nutzen gebracht hat. Ich begehre auch nicht mehr, Sir. Für diese drei Dollar bekomme ich so viel Brandy, dass ich mich tot trinken kann. Ihr seid ein nobler Gentleman. Habt ihr wieder einen Wunsch, so wendet euch nur an mich und nicht etwa an einen anderen. Ihr könnt auf mich rechnen. Er trank noch ein volles Glas aus und begab sich dann zur Seite, wo er sich in den Schatten eines großen Ballens niederlegte. Die Trems sahen ihren Anführer neugierig an. In der Hauptsache wussten sie, woran sie waren, aber sie konnten einige seiner Fragen und Erkundigungen nicht in den richtigen Zusammenhang bringen. Da schaute er mich nun um Auskunft an, sagte er, indem sein Gesicht ein überlegenes, selbstgefälliges Lächeln zeigte. 9000 Dollar in Banknoten, also wahres Geld und nicht etwa Schecks oder Wechsel, bei deren Präsentation man in Gefahr geraten kann, festgenommen zu werden. Das ist eine tüchtige Summe, die uns willkommen sein wird. Wenn wir sie haben, fiel derjenige ein, welcher für die anderen den Sprecher zu machen pflegte. Wir haben sie. Noch lange nicht. Oho, und wenn ich es sage, so ist es so. Nun, wie bekommen wir sie denn? Wie wollen wir das Messer erhalten? Ich hole es. Aus der Schlafkabine? Ja. Du selbst. Natürlich. So eine wichtige Arbeit überlasse ich keinem anderen. Und wenn man dich erwischt? Das ist unmöglich. Mein Plan ist fertig und er wird gelingen. Wenn es wahr ist, soll es mir lieb sein, aber der Ingenieur wird sein Messer beim Erwachen vermissen. Dann geht der Teufel los. Ja, dann geht freilich der Teufel los. Aber wir sind fort. Wohin? Welche Frage? An das Ufer natürlich. Sollen wir etwa alle hinüberschwimmen? Nein, das mute ich weder mir noch euch zu. Ich bin kein übler Schwimmer, aber des Nachts möchte ich mich doch diesem breiten Strome, dessen Ufer man kaum sieht, nicht anvertrauen. So meinst du, dass wir uns eines der beiden Boote bemächtigen? Auch das nicht. Unmöglich wäre es zwar nicht, dies zu tun, ohne dass es gesehen wird, aber ich will lieber mit Umständen rechnen, welche mir bekannt sind, als mit solchen, die ganz unerwartet eintreten und die Ausführung meines Planes unmöglich machen können. So sehe ich nicht ein, in welcher Weise wir ans Land kommen sollen, bevor der Diebstahl entdeckt ist. Das ist eben ein Beweis, dass du ein Kindskopf bist. Warum habe ich mich denn so angelegentlich nach dem Kielraum erkundigt? Das kann ich doch nicht wissen. Wissen freilich nicht, aber erraten. Schau dich um. Was steht dort neben der Ankertaurolle? Das scheint ein Werkzeugkasten zu sein. Erraten. Ich habe gesehen, dass er Hammer, Pfeilen, Zangen und mehrere Bohrer enthält, unter denen einer ist, dessen Gewinde einen Durchmesser von anderthalb Zoll hat. Nun vereinige einmal beides, den Kielraum und diesen Bohrer. Thunderstorm. Willst du etwa das Schiff anbohren vor der andere auf? Allerdings will ich das. Dass wir alle ersaufen. Schau. Mach dich nicht lächerlich. Vom Ertrinken ist keine Rede. Ich will nur den Käpt'n zwingen, ans Ufer zu legen. Ah so. Aber wird das gelingen? Jedenfalls. Wenn das Schiff Wasser zieht, muss ein Leck da sein. Und wenn ein Leck da ist, fährt man an das Ufer, um der Gefahr zu entgehen und das Schiff mit Muße zu untersuchen. Aber wenn man es zu spät bemerkt? Sei doch nicht so ängstlich. Wenn das Schiff sinkt, was sehr langsam geschieht, so steigt die Wasserlinie außen. Das muss der Offizier oder Steuermann bemerken, wenn er nicht blind ist. Es wird das einen solchen Lärm und Schrecken geben, dass der Ingenieur zunächst gar nicht an sein Messer denken wird. Wenn er dann den Verlust entdeckt, sind wir längst fort. Und wenn er doch an das Messer denkt und zwar am Ufer anlegt, aber keinen Menschen aussteigen lässt, man muss alles überlegen. So wird man auch nichts finden. Wir binden das Messer an eine Schnur, lassen es an derselben Stelle ins Wasser hinab und befestigen das andere Ende draußen am Schiffe. Wer es da findet, der muss geradezu allwissend sein. Dieser Gedanke ist freilich nicht übel. Was aber dann, wenn wir vom Schiffe sind? Wir wollten doch eigentlich so weit wie möglich mit demselben fahren. Für 9.000 Dollar läuft man gern eine Strecke. Wenn wir teilen, kommt auf den Kopf eine Summe von weit über 400 Dollar. Übrigens werden wir uns nicht zu lange auf unsere Beine zu verlassen brauchen. Ich denke, dass wir bald eine Farm oder ein Indianerlager treffen, wo wir uns Pferde kaufen können, ohne sie zu bezahlen. Das lasse ich gelten. Und dann reiten wir wohin? Zunächst nach den Blackbeer-Flusse. Etwa zu den Rafters, von denen der Nigger sprach. Ja, es ist sehr leicht, das Lager auszuguntschaften. Natürlich lassen wir uns dort nicht sehen, sondern lauern den Schwarzbärtigen ab, um auch ihm sein Geld abzunehmen. Ist das geschehen, so haben wir genug, um uns für unseren weiten Ritt ausrüsten zu können. Auf die Eisenbahnkasse wollen wir also dann verzichten? Keineswegs. Sie wird viele, viele Tausende enthalten und wir werden uns dieses Geld holen. Wir wären aber Toren, wenn wir nicht schon vorher alles Mögliche mitnehmen. Und nun wisst ihr, woran ihr seid. Heute Abend gibt es zu tun und dein Schlaf ist nicht zu denken. Darum legt euch jetzt aufs Ohr, damit ihr dann frisch seid und gut marschieren könnt. In dieser Weisung wurde Folge geleistet. Es herrschte überhaupt infolge der großen Hitze auf dem Schiff eine ganz ungewöhnliche Stille und Ruhe. Die Landschaft rechts und links des Flusses bot nichts, was die Aufmerksamkeit der Passagiere auf sich zu ziehen vermochte. Und so verbrachte man die Zeit schlafend oder wenigstens in jenem Hindämmern, welches das Mittelding zwischen Schlafen und Wachen ist und weder dem Körper noch dem Geiste eine wirkliche Erholung gewährt. Erst gegen Abend, als die Sonne sich dem Horizonte näherte, gab es wieder Bewegung auf dem Deck. Die Hitze hatte nachgelassen und ein leidlich frischer Luftzug war wach geworden. Die Ladies and Gentlemen kamen aus ihren Kabinen, um diese Frische zu genießen. Auch der Ingenieur befand sich unter ihnen. Er hatte seine Frau und Tochter mit, welche Letztere sich von ihrem Schrecken und dem unfreiwilligen Wasserbade vollständig erholt hatte. Diese drei Personen suchten die Indianer auf, da die beiden Damen denselben noch nicht gedankt hatten. Der Alte und der Junge Bär hatten den ganzen Nachmittag mit echt indianischer Ruhe und Unbeweglichkeit auf derselben Kiste zugebracht, auf welcher sie schon gesessen hatten, als sie von Tante Droll begrüßt worden waren. Sie saßen auch jetzt noch da, und als der Ingenieur mit Frau und Tochter zu ihm kamen. »Hel Bakshai, Bakmatalu, Makik, jetzt werden Sie uns Geld geben«, sagte der Vater in der Tonkawa-Sprache zu seinem Sohne, als er sie kommen sah. Sein Gesicht verfinsterte sich, da die von ihm angegebene Art und Weise der Dankbarkeit für einen Indianer eine Beleidigung ist. Der Sohn hielt die rechte Hand mit dem Rücken nach oben gerichtet vor sich hin und ließ sie dann rasch sinken, was so viel bedeutet, dass er mit seinem Vater nicht derselben Ansicht sei. Sein Auge ruhte mit Wohlgefallen auf dem Mädchen, welches er gerettet hatte. Dieses kam mit raschen Schritten auf ihn zu, nahm seine Hand zwischen die ihrigen beiden, drückte sie herzlich und sagte, »Du bist ein guter und mutiger Knabe, schade, dass wir uns nicht nahe wohnen, ich würde dich lieb haben.« Er sah ihr ernst in das rosige Gesichtchen und antwortete, »Mein Leben würde dir gehören, der große Geist diese Worte hören, er wissen, dass sie wahr sind.« »So will ich dir wenigstens ein Andenken geben, damit du dich meiner erinnerst. Darf ich?« Er nickte nur. Sie zog einen dünnen Goldring von ihrem Finger und steckte ihm denselben an den linken kleinen Finger, auf welchen er gerade passte. Er blickte auf den Ring und dann auf sie, griff unter seine Zuni-Decke, nestelte etwas vom Halse los und gab es ihr. Es war ein kleines, starkes, viereckiges Lederstück, weiß gegerbt und glatt gepresst, auf welches einige Zeichen eingepresst waren. »Ich dir auch geben Andenken«, sagte er, »es ist Totem von Nintropan Homosh, nur Leder, kein Gold. Aber wenn du kommen in Gefahr bei Indianern und es vorzeigen, dann Gefahr gleich zu Ende. Alle Indianer kennen und lieben Nintropan Homosh und gehorchen sein Totem. Sie verstand nicht, was ein Totem sei und welch einen großen Wert es unter Umständen haben kann. Sie wusste nur, dass er ihr für den Ring ein Stück Leder als Gegengabe schenkte. Aber sie zeigte sich nicht enttäuscht. Sie war zu mild und gutherzig, als dass sie es über das Herz gebracht hätte, ihn durch die Zurückweisung seiner scheinbar armseligen Gabe zu kränken. Darum band sie sich das Totem um den Hals, wobei die Augen des jungen Indianers vor Vergnügen leuchteten, und antwortete, »Ich danke dir. Nun besitze ich etwas von dir, und du hast etwas von mir. Das erfreut uns beide, obgleich wir uns auch ohne diese Gaben nicht vergessen würden.« Jetzt bedankte sich auch die Mutter des Mädchens, und zwar durch einfachen Händedruck. Dann sagte der Vater, »Wie soll nun ich die Tat des kleinen Bären belohnen? Ich bin nicht arm, aber alles, was ich habe, wäre zu wenig für das, was er mir erhalten hat. Ich muss also sein Schuldner bleiben, aber auch sein Freund dazu. Nur ein Andenken kann ich ihm geben, mit welchem er sich gegen seine Feinde schützen kann, wie er meine Tochter gegen den Panther verteidigt hat. Wird er diese Waffen nehmen? Ich bitte ihn darum.« Er zog zwei neue, sehr gut gearbeitete Revolver, deren Kolben mit Perlmutter ausgelegt waren, aus der Tasche und hielt sie ihm entgegen. Der junge Indianer brauchte sich keinen Augenblick über das, was er zu tun habe, zu besinnen. Er trat einen Schritt zurück, richtete sich kerzengerade auf und sagte, »Der weiße Mann bietet mir Waffen, das große, große Ehre für mich, denn nur Männer erhalten Waffen. Ich nehme sie an, und sie nur brauchen dann, wenn verteidigen gute Menschen und schießen auf böse Menschen. Hau!« Er nahm die Revolver und steckte sie unter der Decke in seinen Gürtel. Jetzt konnte sein Vater sich nicht länger halten. Man sah es seinem Gesicht an, dass er mit seiner Rührung kämpfte. Er sagte zu Butler, »Auch ich, weiße Manne, danken, das nicht geben Geld wie an Sklaven oder Menschen, die keine Ehre haben. So seien es großer Lohn, den wir nie vergessen. Wir stets Freunde des weißen Mannes, seiner Squaw und seiner Tochter. Er gut bewahren Toten von jungen Bär. Es seien auch das meinige. Der große Geist ihm steht Schicken, Sonne und Freude.« Der Danksagungsbesuch war zu Ende. Man reichte sich nochmals die Hände und trennte sich dann. Die beiden Indianer setzten sich wieder auf ihre Kiste. »Tua enok, gute Leute«, sagte der Vater. »Tua, tua enok, sehr gute Leute«, stimmte der Sohn bei. Das waren die einzigen Herzensergüsse, welche ihre indianische Schweigsamkeit ihnen nun noch gestattete. Der Vater fühlte sich ganz besonders dadurch geehrt, dass man nicht auch ihn, sondern nur seinen Sohn, auf welchen er so stolz war, beschenkt hatte. Dass der Dank des Ingenieurs nach indianischen Begriffen mit solcher Zartheit ausgefallen war, hatte seinen Grund nicht in ihm selbst. Er war mit den Ansichten und Gebräuchen der Roten zu wenig vertraut, als dass er hätte wissen können, wie er sich in diesem gegebenen Falle zu verhalten habe. Darum hatte er Old Firehand um Rat gefragt und war von ihm unterrichtet worden. Jetzt kehrte er zu ihm zurück, der mit Tom und Droll vor der Kajüte saß, und erzählte ihm von der Aufnahme, welche die Geschenke gefunden hatten. Als er das Tutem erwähnte, konnte man aus seinem Tone hören, dass er die Bedeutung desselben nicht ganz zu schätzen wisse. Darum fragte ihn Old Firehand, Ihr wisst, was ein Totem ist, Sir? Ja, es ist ein Handzeichen eines Indianers, etwa wie bei uns das Petschaft oder Siegel, und kann in den verschiedensten Gegenständen und aus den verschiedensten Stoffen bestehen. Diese Erklärung ist richtig, aber nicht ganz gründlich. Nicht jeder Indianer darf ein Totem führen, sondern nur berühmte Häuptlinge haben es. Dass dieser Knabe schon eines besitzt, ist, auch abgesehen davon, dass es zugleich dasjenige seines Vaters ist, ein Beweis, dass er bereits Taten hinter sich hat, welche selbst von den roten Männern für ungewöhnlicher gehalten werden. So dann sind die Totems je nach ihrem Zwecke verschieden. Eine gewisse Art wird allerdings nur zum Zwecke der Legitimation und Bekräftigung benutzt, also allerdings wie bei uns das Siegel oder die Unterschrift. Diejenige Art aber, welche für uns Bleichgesichter die wichtigste ist, gilt als eine Empfehlung dessen, der es erhalten hat. Die Empfehlung kann je nach ihrer Art und Weise, also nach dem Grade ihrer Wärme, eine verschiedene sein. Lass mich doch einmal das Leder sehen. Das Mädchen gab es ihm, und er betrachtete es genau. Könnt ihr denn diese Zeichen enträtseln, Sir? fragte Butler. Ja, nickte Old Fiend, ich bin so oft und so lange bei den verschiedensten Stämmen gewesen, dass ich nicht nur ihre Dialekte spreche, sondern auch ihre Schriftzeichen verstehe. Dieses Totem ist ein höchst wertvolles, wie selten eins verschenkt wird. Es ist in Tonkawa abgefasst und lautet Diese Worte heißen genau übersetzt Sein Schatten ist mein Schatten und sein Blut ist mein Blut. Er ist mein älterer Bruder. Und darunter steht das Namenszeichen des jungen Bären. Denn die Bezeichnung älterer Bruder ist noch ehrenvoller als bloß Bruder. Das Totem enthält eine Empfehlung, wie sie wärmer nicht gedacht werden kann. Wer dem Besitzer desselben etwas zu Leide tut, hat die strengste Rache des Großen und des Kleinen Bären und aller ihrer Freunde zu erwarten. Wickelt das Totem gut ein, Sir, damit die rote Farbe der Zeichen sich erhält. Man weiß nicht, welche großen Dienste es euch erweisen kann, da wir in die Gegend wollen, wo die Verbündeten der Tonkawa wohnen. An diesem kleinen Lederstückchen kann das Leben vieler Menschen hängen. Der Steamer hatte während des Nachmittages Ozark, Fort Smith und Van Buren passiert und erreichte jetzt den Winkel, in welchem das Bett des Arkansas eine entschiedene Bewegung nach Norden macht. Der Kapitän hatte verkündet, dass man ungefähr zwei Stunden nach Mitternacht Fort Gibson erreichen werde, wo er bis morgen liegen bleiben müsse, um sich nach dem weiteren Wasserstande zu erkundigen. Um bei der Ankunft dort munter zu sein, legten sich die meisten Reisenden sehr zeitig schlafen, denn es stand zu erwarten, dass man in Fort Gibson gleich bis zum Morgen wach bleiben werde. Das Deck leerte sich gänzlich von den Kajütenpassagieren und auch der Salon enthielt nur wenige Personen, welche bei Schach und anderen Spielen saßen. In dem dranstoßenden Rauchsalon saßen nur drei Personen, nämlich Old Firehand, Tom und Droll, welche sich ungestört von anderen über ihre Erlebnisse unterhielten. Der erstere wurde von den anderen beiden mit einer an Ehrfurcht grenzenden Hochachtung behandelt, welche aber nicht verhinderte, dass er über die Verhältnisse und nächsten Absichten der Tante Droll noch nichts Genaues hatte erfahren können. Jetzt erkundigte er sich, wie Droll zu der sonderbaren Bezeichnung Tante gekommen sei. Der Befragte antwortete, »Er kennt ja die Gewohnheit der Westmänner, jedem einen Spitz- oder Kriegsnamen zu geben, welcher sich auf eine hervorragende Eigentümlichkeit des Betreffenden bezieht. Ich sehe in meinem Sleeping Gown allerdings einem Frauenzimmer ähnlich, zu welchem Umstande auch meine hohe Stimme passt. Früher sprach ich im Basse, aber eine riesige Erkältung hat mich um die tiefen Töne gebracht. Da ich nun ferner die Gewohnheit habe, mich eines jeden braven Kerls wie eine gute Mutter oder Tante anzunehmen, so hat man mir den Namen Tante Droll gegeben. »Tante Droll – Zwisch.